Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! 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 Konnichiwa ihr lieben Ninders und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. H1Z1 King of the Kill zusammen mit MG. Guten Tag. Oder oben? Keine Ahnung. Oben. Nördlich ist es. Ich nehm die rechte Wende Plattform. Ok, dann nehm ich die Lenke. Klapp. Schön, dass bei mir ein Haus noch nicht fertiggestellt ist. Hm. Ah, die sind noch am bauen. Burst egg catch. Schrotze. Noch ein Ersatzhelm. Nice. Ich hatte jetzt nur die Umrisse einer Pistole am Boden. Auch nicht verkehrt, ne? Ja. Ah, hier ist auch ein Haus nicht fertig. Jetzt hab ich Schluckauf. Dann ist ja gut. Ausgleichende Gerechtigkeit. Dass ich Schluckauf hab, ist ausreichende Gerechtigkeit, oder was? Nein. Ich hab halt nur ne Pistole. Ausgleichende Gerechtigkeit. Was haben Sie? Ich hab drei ARs. Eine Shotgun. Bisher gefunden. Und ein Molly hab ich auch dabei. Ah. Ja, Arschen. Und du so. Ein Helm, ein Rucksack. Nice. Und eine Pistole. Und jetzt ne Schrotze. Ausgleichende Gerechtigkeit. Nennt man das. Das Wort hättest du mir nicht beibringen sollen. Wie, dass du das vorher nicht konntest. Doch, klar, ne? Oh, ein großer Helm. Ach, ja. Großer Helm. Großer Rucksack. Großer Helm. Ja, für deinen Luftschädel, oder wie? Naja, ich hab so einen kleinen Schädel, weißt du, dann ist das halt. Qualität statt Quantität heißt das immer, ne? Schön, dass wir sechs Helme drin sind, aber keine AR. Würde mich ja schon so ein bisschen anfangen. Hier ist noch ein Duct Tape. First A-Kit. Hä, was fehlt mir jetzt noch? Ah, der zweite. Hä? Hatte ich keinen Rucksack im Großen noch? Keine Ahnung, ich bin verwirrt. Wir sind übrigens safe. Ah, er. Würdest du dich mal genauso freuen, dass wir safe sind, ne? Wir sind safe. Besser? Das klang eher ziemlich verzweifelt, ehrlich gesagt. Oh mein Gudness, wir sind safe. First A-Kit. Wird ich mal einen großen Rucksack finden. First A-Kit. No, ich hab auch erst einen. Ich brauch noch einen zweiten. Ah, lag da grad ein Molly. Mir würde schon mal einer reichen. So gierig werde ich nicht spielen. Ah, großer Rucksack. Dann krieg ich da direkt einen hinterher geschmissen, weißt du? Als hätte das Einschleim funktioniert, ne? Ja, ja, ja. Spiel, du bist kacke, gib mir einen großen Rucksack. Hä? Direkt so demonstrativ kleiner Rucksack, ne? Echt jetzt? Ohne Witz. Ohne Witz. Ich geh ums Eck, kleiner Rucksack. Ich denke, okay. Das wird heute nix mehr mit dem großen. Und dann liegt hier einer. Mg, was hast du denn dazu? Liegt hier einfach ein großer Rucksack. Kann ich mir ne Meshift auch mal machen. Schön für sie. Freut mich. Wie sieht's bei Ihnen aus? Naja, ich werd mir mit First Egg Kids zugeschmissen. Ich kann Mumie spielen. Kann ich halt echt. Ich hab sechs Stück. Hm. Nur mit First Egg Kids kann man keine Mumie spielen, glaub ich. Das sind ja keine Bandagen. Ja, aber rein theoretisch ist auch in First Egg Bandagen drin. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die so in ihren Erste-Hilfe-Koffer immer dabei haben. Oder bin ich da schief gewickelt? Kommt natürlich drauf an, was du da reinpackst, ne? Ich hab keine Ahnung, was in den USA in solchen Dingern ist. In Deutschland sollte zumindest Verband Zeig drin sein, ja? Meinst die haben Smarties drin, oder wie? Keine Ahnung. Ein Burger, damit die wieder den Fettgehalt steigern oder so. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Immer diese Vorurteile gegenüber von Amerikanern, dass sie alle fett werden. Ne, sind ja nicht alle. Ne? Das ist halt Stabilotyp. Die Amis haben generell Probleme mit dem Essen. Entweder zu viel drauf oder zu wenig. Die Amis sind halt wie ich. Außer, dass es bei mir nicht zu wenig gibt. Das denk ich mir auch grad. Was esse ich heute überhaupt? Ich hab mal in die GTA-Folge von heute ne Umfrage gemacht, was ich essen soll. Ich warte mal ab, was da dabei rumkommt. Lasagne. Ne, ich hab angegeben Pizza, äh, Burger, Nudeln, irgendwas mit Fleisch. Lasagne. Mal gespannt, was gewinnt. Ne, Lasagne wär ja zwei Sachen auf einmal. Das wär irgendwas mit Fleisch und Nudeln. Ja. Das geht's doch nicht. Wenn's so'n Unentschieden gibt. Im Voting. Ne, ne. Das wird nicht vorkommen. Wird eh wahrscheinlich nur einer abstimmen, oder? Was? Hättest du denn ins Voting noch mit reinnehmen müssen? Irgendwas mit Pferd. Ne, dann wär's ja Lasagne gewesen. Hä? Bei dir Schüsse? Ich war's. Sag das doch. War ein Zaun im Weg. Ist die schon fertig, oder was? Ja, ja. Tschüss. Haha. Keine Lust mehr auf dich. Mach's mir zu viel Krach hier. Dein Ernst? Ja. Ja. Er betreibt den komplett, weißt du. Jetzt weiß die ganze Stadt, hey, da oben ist einer. Ja? Party. Wenn ich jetzt da umgehe, bist du schuld, ne? Das ist dir bewusst. Ich muss mir den großen Rucksack nicht suchen. Er kommt zu mir. Ich hab schon. Eine Makeshift-Armor als Ersatz. Du bist ein Arsch, weißt du das? Ich wollt grad sagen, zweiten großen Rucksack dabei. Aber ich hab damit ja sogar schon eine Makeshift-Armor gemacht. Vor allem, ich hab jetzt einen zweiten großen gefunden, hab ihn zerrissen und irgendwie, keine Ahnung, kann ich keine Makeshift draus craften. Was fehlt denn dir? Das blaue Zeug. Dann brauchst du noch einen Helm. Ah. Stimmt. Alles vergessen. Hm. Den Helm zu zerreißen, oder? Das hattest du ihnen schon dabei. Ja. Jaja. 44 Leute nur noch. Ja. Die haben sich aber auch schon wieder hübsch von mir entfernt. Ja. Wär nicht zusammen mit dir gesehen oder nein. Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf mich. Okay. Hier ist Tür offen. Hier drüben noch nicht. Und sitzt er da noch drin. Ah. Das nehmen wir doch, ne? Ah, Schrotze. Wie viel Moon hast du mittlerweile? Ähhh. 33 für die Schrotze. Gasgranate. Kann ich auch schon lange nicht mehr. 33 für die Schrotze und 176 für die AR. Ich hab AK sogar 150. Ja. Ich brauch keine AK. AR 420. Guck mal hier, ne? Kann man noch Super-Eis essen bestimmt, oder? Sicherlich. Wieso ist der Springbrunnen hier außer Betrieb? Keine Ahnung. Warum steht hier kein Tisch? Hier steht ein Tisch. Dann geh mal an den Tisch. Dann geh mal an den Tisch. Oh ja. Müssen wir es schaffen. Konnt man sich nicht auch mal mit X hinsetzen oder so? Ging das nicht mal? Nee. Doch, das ging mal. Man konnte mal am Lagerfeuer so ganz gechillt sitzen. Ja, aber das war... Ach ja. Vor dem Update. Stimmt. Bevor das mal nix... Dann kommt hier kein Kellner, was denn los? Oh, großartig. Mach mal hier mal Terz. Reißen wir dem mal den Arsch auf. Ah, ein First Aid Kit. Hab ja noch nicht genug. Ah, ich hab auch jetzt die dritte Make-Shift-Armor gemacht. Wie viele First Aid Kits hast du? Ah, erst zehn. Da waren Schüsse. Er geht einfach von unserem Dinner hier weg, gell? Wie wenn ich mit dir ein Dinner haben würde? Wart doch mal auf das Essen, was kommt. Welches Essen? Keine Ahnung. Die haben nicht mal die alten Tische hier abgeräumt. Auto? Fährt vorbei. Fährt halt wirklich vorbei. Wir können hinterherlaufen. Wow. Vielleicht erwischen wir sie noch irgendwo. Mir zupft der nicht beim ersten Versuch. Wieso rennst du? Hä? Weiß ich noch nicht. Haben sie was Aufregendes gefunden? Nö, also da lag noch eine AR und so. Nö, eigentlich nicht. Aber wir müssen eh ein Stück westlich gleich wahrscheinlich. Von daher können wir hier schon mal rauslaufen. Ja. Ist ein guter Plan, würde ich sagen. 17 Teams noch. Bei 30 Leuten. Ja. Ein paar Einzelspieler sind schon dabei. Ja. Vier Stück nochmal. Wo stehst du gerade rum? Ich seh dich gerade rum. Ich seh dich gerade rum. Da hinten, ne? Da hinten, ne? Ja. Hat so ausgesehen. Besuchen wir die doch mal. So. Nö, kein Auto hier. Schade. Da oben ist glaube ich ein Auto, ne? Ja, da oben stehen beide. Südwesten auf dem Berg. Darauf schießen? Nein, noch nicht, noch nicht. Ah, oben auf dem Berg ist er. Ja, ich hab ihm gesagt. Er fährt weg, er fährt weg. Irgendwer anders schießt. Ja, der rechts. Oder? Links schießt doch irgendwie einer. Ich seh ihn du nicht. Und aus dem Wald vielleicht. Da. Uiuiui. Wo? Da vorne ist so ein schwarzer Punkt, oder? Ja. Aber einmal gilt er. Ist weg, ist weg. Räu... Läuft rechts rum. Ich lauf auch rechts rum. Läuft einmal um den Baum. Ah, da vorne. Ah, ist da umgegangen von wem anders. Okay. Irgendwo aus dem Wald, hat das er? Ja. Aus dem Wald noch Schüsse. Ja, die geben sich grad richtig. Bist du einen? Nee. Äh... Unten bei mir. Hier. Hier fährt ein Auto vorbei. Wo? Wo? Von hinten! Oh, 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 oh. Ich werd auch nicht schossen. Ach komm, der hat nur noch 2 AP. Fällt jetzt echt einer hier weg? Was kommt jetzt aus der Busche? Keine Chance. Ah ja, Freunde von zwei Seiten. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut doch bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dann, not rein. Ciao. Ciao.